nix hallo und hier ist es wieder gern Jerusalem spenden jahre mal er kann ein Mensch der in Zukunft hat sie wieder eine Spende an Jerusalem die haben es verdient das verdient oder sind wir gegen Jerusalem wir sind für Jerusalem und gegen Israel wir sind gegen Israel ich habe mehr Leben als ihr alle oder für Israel jeder will wie ihr das wollt ich hab noch nie mit dem Controller ein Mario gespielt das ist ganz gut gib mir den ach man den wollte ich haben ich hab ihn aber ja ich wollte den haben ja ich auch wo ist denn Y ah wer war das von euch? das war Mario nein stimmt nicht du hättest reiten können es geht los der Tod ist überall ich hab das noch nie gespielt dieses Schloss ich weiß nicht was du hast noch nie gespielt du bist nicht soweit? nein ich hab ja immer gewartet bis die beleuchteten Brüder so weit sind da war ein Hammer bitte sehr ein Feuerball Brüder oh Gott oh Gott oh Gott denkt dran ihr dürft blasen warte mal das sieht mir geheimnisvoll aus ja da ich erinnere mich können wir das Video nochmal neu starten? nein nein das ist das auch möglich völlig katastrophal bis er ist also Luigi spielt bisher sehr gut oh man! eine gute Kenntnis ich sehe auch nichts mehr ach das ist ach das war sehr knapp ich wäre fast da durchgekommen wie blasen wir sich nochmal? mit B das ist gar nicht so einfach mit vielen Leuten weil immer einer im Weg steht an der Stelle nein! nein! ok jetzt Benni zieh deine Schuhe an! nein! ich weiß ja überhaupt nicht was hier passiert ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht also ich verstehe die Steuerung nicht ach wollen wir tauschen? wir können gerne tauschen springen rein ne hüpfen springen und hüpfen achso das geht auch kann natürlich auch überfordern guck mal alle haben was bekommen ist doch schön Aua gleich kommt wieder der oh man! hier wird immer gequetscht ich halte mich dauernd für Luigi weil er weiß ich nicht so Präsenz ist ah fuck it ne Taranto du Hurenbock lauter das oh haben wir gut reagiert ah ich auch zweimal du nicht ich dachte du tötest ihn ja ich hab's versucht aber ich bin irgendwie einfach weggehilft oh warte 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 wir haben die Münze hier verpasst oh ja ich hole sie nicht so weit weglaufen bitte Mario das ist äh oh man! fuck Mario-Typ ey der Mario-Typ ist ja wohl der größte Held der Zeit die Ocarina of Time nur ohne das Schwert das ist was ist da jetzt los? alle waren nur meine Füße die da eingequetscht wurden ja willst du so weiterlaufen? gerne Moringo Cloud wir schaffen es nicht mehr weil ihr aber auch echt jemand gegen mich spielt das lässt sich schon mal durchgespielt irgendwann ich auch also kann nie der Störfaktor eigentlich sein hast du auch die Bonus-Wade gemacht? ich hab auch fast kein verstecktes Level gefunden ich hab sie alle gefunden mit Hilfe eines Internets das seinesgleichen kennt ja aber das hat auch jeder hast du ein Let's Play Video geguckt das ihr verraten hast wie du die Level findest? nein schade ich hätte gerne gewusst welches und ob ich da mitmachen kann mitmachen bei dem Display? was ist da schon vorbei dann? bei dem nächsten das ist fuck it! bei dem nächsten Spiel das ist dann irgendwie 4-3 oder so bei dem besseren Let's Play wo man auch was schafft also wir haben ja wohl schon mehrere Welten hier gespielt ich bin schon komplett tot warum bin ich jetzt schon wieder komplett tot? ich hatte auch kaum Leben zu betrunken weil du der Störfaktor bist ich bin kein Störfaktor das ist ja auch eindeutig klar wenn man gleich sehen wird wie ihr diese Stelle meistert kann ich nicht der Störfaktor sein so aber ich bin noch ich bin noch krass geworden für den Beweis muss ich nicht mal lange warten ich dachte ich sag das jetzt und dann dauert es doch noch irgendwie wir können das nicht ich trinke nochmal was Ruhe Lars Ulrich hat ein Interview gegeben neulich und was hat er gesagt? er hat gesagt er isst jetzt nur noch Gemüse und das ist das neue Rock'n'Roll das ist nicht wahr doch ach hör auf doch er macht Sport und isst sich gesund und das ist Rock'n'Roll jetzt heutzutage er hat's nicht gesagt doch hat er gesagt war Lars Ulrich jemals Rock'n'Roll der war auch mehr Metal theoretisch nein nicht mal Lars Ulrich war immer schon ne Pussy klar hat er Luigi ist auch ne Pussy wieso? weil du mich in den Tod gestürzt hast aber doch nicht mit Absicht es hat nichts mit Absicht oder nicht Absicht zu tun es hat ne Menge mit Absicht oder nicht Absicht zu tun ey warum das wer hat mich denn jetzt da hingefahren ich ne jetzt habt ihr die Mühe ich lass mich das nicht was ist denn das für eine Aktion gewesen? nicht nur dass du mich da aufgehoben ja der Feuermutant hat mich in den Tod gerissen man ist als kleiner zu klein um die großen Sachen zu machen so ich mach jetzt mal diese Stelle hier lässig ja aber wir haben die Münze nicht ja auch die Münze nicht ja ist alle recht kommt drauf an alle bisherigen Versuche diese Münze zu bekommen endeten in Tod und Verwerben fuck so du bist der einzige Welt hier wir sind beide ich hätte gerne oben was Gutes machen können die beleuchteten Brüder sind Game Over ihre Hand liegt ne ihr Schicksal liegt in der Hand eines einzigen Gastes oh nein Stachel der Probleme mit den Stachelmännern hat ich geh ja jetzt langsam vor ich bin gespannt wie du das mit dem Stachelmännern noch weiter oh das ist ein richtig dick das ist ein richtig dicker Achtung der ist richtig dick ja aber ich kann ihm entgehen indem ich jetzt springe nein nicht jetzt jetzt nicht auch doch doch du warst zu spät also hätte ich aber du musst auch vielleicht da rauf ich will nicht da rauf ich will einfach nur hier vorbei rennen und mir die Flagge holen links rein in die Mauer voll der gute Tipp ohne die beleuchteten Brüder hätte ich das nicht geschafft wieso du kommst zurück warum weil du ein Leben geholt hast da kommen die Brüder wieder das war nicht mein Plan und sind so gut zu mir vor allem wer hat mir da den Eisblock schon wieder entgegengeschleudert der bin tot das war der Luigi ich glaube das warst du ich bin doch niemals Eis gewesen oh das war oh Gott das war richtig Pong Pong in Rheinkultur was denn jetzt du hast dich gerettet Pong rettet sich immer hol dir die Münze da rechts töte ihn nein spring doch nicht vorbei du Schwein das war ganz gut warte mal hier hoch komm 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 ne ist nicht dabei schon ach schon geguckt das macht Benni so ich bin ich bin ja richtig tot wenn du mich da jetzt reinwirfst irgendeiner der oh so nein ich hab dir den Pilz gelassen das ist voll in den warte mal da oben ist nur der Gelder wenn ich kein beleuchteter Bruder wäre dann wären vielleicht andere Leute beleuchtete Bruder hier wollen wir rein glaube ich da oben ist ja wo richtig Geld da brauchst du einen P-Block warte mal nein wir können da aufeinander springen irgendwie oder so das geht auch wollen wir das machen ja nein wir müssen da jetzt nein so nicht ach du meinst in der Mitte alles ist sehr schlecht weil da ja nur so wenig Platz ist ich mach das mal er ist in die Mauer gelaufen er ist in die Mauer gelaufen er ist in die Mauer gelaufen da kann man reingehen war gut aber auch noch rechts in die Mauer laufen Moment ja Benni hol mir nochmal was zu trinken hast du schon leer? ne fast du bist ein Gierschlunk ich hab nicht so viel du bist ein Gierschlunk das ist ein kleines Glas gewesen was soll das denn? ach jetzt kommt hier irgendwo noch die Münze gefallen bleibt mal links ich glaub rechts guter Plan guter Plan ich mag das nicht das hier funktioniert zusammen ich brauch auch äh ich glaub auch das Publikum alle drei werden sagen wir wollen gar nicht mehr Benni dabei haben Aaaaah ich wurde zerquetscht warum komm denn jetzt? jetzt muss ich überall die Münze holen jetzt gibt keine Münze es gab gar keine Münze das heißt jetzt bin ich wieder auf mich alleine gestellt die Münze ist allein ja noch elf Münzen bist du allein links in die Wand nein Schock nein warum hörst du nicht auf mich? weil ich äh Gott Gott das geht doch nicht gut nee geht's auf jeden Fall es war so weil ihr mich der Psycho-Druck von Benni war einfach nicht mehr auszuhalten wenn wir nicht mal bei der Fahne in der Mitte des Levels sind wir da? hm ach ja sind wir du hast doch noch Teufiechen aber das sind ja zwei Schlücke und dann dann geht's weiter er kuss geradeaus in die Gosse und Benni hatte so wenig zu tun ich wollte ihm eine Aufgabe geben für das Let's Play guck mal und da ist schon warte hier ist noch eine Münze könnt ihr mal warten ja wie blase ich denn? ah so nicht oh ach das ist das ist das ist was zum einsamen was man geht oh ich bin da jetzt nicht mehr es verwirrend ich habe auf dich gucken warum du den Gegner einsam ist der Kanada hast gesehen ne? Shit! Shit! hol ihn die Münze Luigi gut gemacht Huch 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 Das haben wir ja aber bei mir zu Hause Na Ich hab was Curbius Adventure haben wir hier Curbius Adventure? Ja Hast du's gekauft? Schon länger Das hast du mir gar nicht erzählt Hast du äh Ich hab's sowohl für Wii als auch für Ach fuuuu als auch für Wii U Hast du auch hier die Hast du Wario Land Check Damage geholt und dann ich kaufe Ach Gott warum spring ich denn da rein? Moment du meinst Game and Wario Nein Wario Land Check Damage Das hab ich Hast du Gut zu wissen Ich hab mich nicht so richtig damit auseinandergesetzt Wir haben das mit den beleuchteten Brüdern mal versucht zu spielen aber es hat nicht geklappt Nee das war nicht so schön Wegen den beleuchteten Brüdern oder wegen dem Spiel? Das Spiel war gut Nein das Spiel war gut Nee ich fand das Spiel nicht so gut Doch aber man muss sich Ruhe mit dem Spiel nehmen Ruhe mit dem Spiel nehmen Weil es geht darum Was macht ihr denn da schon wieder die ganze Zeit? Nix Vielleicht geh doch rechts weiter Ist doch alles gut Na endlich bin ich hier allein Ist ja ich meine Ruhe Guck mal da ist auch ein Weg nach oben In die Gruft Weil die Gruft bringt ja nichts anderes festgestellt ne? Die Zuschauerzahlen dieser Tage Jetzt kommt der große Mann Das war sehr gut Nicht schlecht ne? Wie die Zuschauer Unsere Zuschauerzahlen wären sogar noch besser Ich dachte das hat hier Ja das ist schon gut Du bist wieder da Ja tot Konkret heißt das schon gut Ich halte noch das Glas in der Hand Ähm nee also schon so Nein Man kann jetzt schon so mit 30 Klicks pro Video schon durchaus rechnen Am oberen Ende der Let's Plays Ja Ich glaube so wie das Let's Plays aussterben ist Ja ich glaube auch Warum? Weil wir den Markt kaputt machen Weil es einfach Weil unsere Qualität zu hoch ist Ja So ähnlich hätte ich es auch formuliert Ich meine wer will denn diese asozialen Spastis noch sehen Wieder irgendwie ihren Weg versuchen zu gehen Wenn wir da sind Wenn wir da sind Es gibt nichts mehr Ich nicht Ich auch mit Ich frage mal die guten Fragen für auch die Zuschauer Wie ist denn die Essenssituation heute Abend noch? Wir haben alle Hunger Keiner hat ne Idee Doch Außer Pong der will Crocs essen Aber es geht nicht Nein ich hab doch auch schon McDonalds gesagt Achja Es wird immer besser Genau McDonalds ist auch keine gute Alternative Ah Wenn McDonalds für Anfänger ist Anfänger von Kali Das Ding schiegt ganz raus Das ist ja auch nicht fair oder Ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet Zugegeben Verknack mich doch ihr Spastis Oh da waren wir noch gar nicht an der Stelle des Spiels Oh wie gemein Wo bin ich denn lebendig geworden? An der Stelle wo der Tod war Jetzt musst du auf uns warten bitte Wo der Tod war oder der Tod war? Der Tod wartet Ich fand den Satz Ich bin lebendig geworden an der Stelle wo der Tod war Nämlich Auch ein bisschen tragisch Aber auch gut Komm hier kommt es hier irgendwie noch Was ist Luigi? Ah Er kommt nach Ich dachte er darf nicht Ich bin vor dir Oh Oh nein Ludwig Und da hinten ist die Sturmwolke im Hintergrund Oh Ludwig Ludwig ist glaube ich krass Da wäre noch ein Pilz gekommen Das größtes Level kommt vor allem noch Du hast noch einen Pilz Warum bin ich denn der Erste? Ich will nicht der Erste sein Ist das schwer? Da also Ja ich glaube der ist nicht leicht Pass auf der macht sie immer zu dreien und einer nur ist der echte Man sieht es An den Feuerbellen Ne noch sieht man es nicht Man sieht es Bam There is another Bam Das war auch ein Bam Nein Du dummes Luigi Schweizer Schreit Ben immer so laut Ja Nein Doch Halt den Mund Lass mich in Ruhe Ich lass sie doch in Ruhe Ich bring die mal Unterstützung Ich fand den gar nicht so schwer glaube ich Du bist so doof Ich bin nicht doof Du bist so doof Ich will Pipi machen Ich kann nicht Pipi machen Kann ich jetzt Pipi machen? Ist Pause? Wenn du willst es Pause Ja dann will ich Ich will ich Ich bin Pause Möchtest du noch verdorbene Schogetten mit Nougat? Nein Schogetten sind scheiße oder? Ich weiß auch nicht warum wir sie gekauft haben Und sie sind so beschlagen mit Ja die sehen aber schon so aus wenn sie nicht verdorben sind Ja was ist denn das? Was ist denn das bei Schokolade? Wenn die so einen weißen Beschlag bekommen Was ist das? Das ist ja kein Schimmel Milchpulver Ist das Milchpulver Die haben wir vorhin gesagt das ist oxidierte Schokolade Wenn ihr euch Pong und Bier Meistens aber wir halten sie nicht durch Und manchmal kommen dann doch die echten Damen durch